Ein trauriger Hund – kurze Begegnung beim Tierarzt Im Warteraum eines Tierarztes begegnete mir ein süßer, aber trauriger Jorki mittlerer Größe. Der Raum war voll mit zwei großen und drei kleineren Hunden sowie einigen Katzen. Der kleine Max, wie er gerufen wurde, war total verängstigt, zitterte, hechelte und weinte. Ich liebe Tiere, unter anderem, weil ich sie immer gut verstehe, im Gegensatz zu Menschen. Das gebe ich ehrlich zu, Menschen verstehe ich oft nicht, so wie heute. Der arme Kleine hatte Angst. Er war total gestresst, wurde aber komplett von seinen Menschen ignoriert. Zwei Frauen und zwei Kinder schenkten ihm überhaupt keine Aufmerksamkeit und schoben ihn immer wieder beiseite. Nur wenn der kleine Max an den Beinen leicht kratzte, um hochgenommen zu werden oder lauter fiebte, wurde er grob zur Seite gestoßen und musste auf den kalten Fliesen immer wieder Platz machen. Die zwei Frauen sprachen und befassten sich nur mit den Kindern und noch mehr mit ihren Smartphones. Sie bemerkten nicht mal, dass er sich in seiner Leine verheddert hatte und eine Zeit lang mit erhobener Vorderpfote stand bzw. humpelte. Die Gerüche, die Geräuschkulisse und die ungewohnte Umgebung machten ihm sehr zu schaffen. Er hörte nicht auf zu zittern und zu weinen. Er suchte ständig den Blickkontakt mit seinen Menschen und wurde nicht beachtet. Aus lauter Verzweiflung sprang er irgendwann auf den Schoß des einen Kindes. Er schaffte es nicht ganz und knallte seitwärts auf die Fliesen. Daraufhin ruckte einer der Frauen unsanft an der Leine und zischte ein scharfes Platz. Und sei ruhig, das reicht jetzt aber. Eine lautlose Kommunikation und ein mentales Gespräch. Ich rief ihn lautlos und unsere Blicke trafen sich. Ich vermittelte ihn, dass ich ihn verstehe. Ich erklärte ihm, dass Menschen oft mit ihren Gedanken ganz woanders sind und Dinge nicht wahrnehmen. Es entwickelte sich ein kurzes mentales Gespräch zwischen uns. Zuerst staunte er, dass ein Mensch auf diese Art und Weise mit ihm kommunizierte und ihn auch verstand. Denn egal, was er versuchte, seine Menschen verstanden ihn nie. Er teilte mir mit, dass seine Menschen selten Zeit für ihn hätten und manchmal sogar vergessen würden, ihn zu füttern. Selbst sein langes Haar wurde geschoren, damit keine Fellpflege mehr nötig sei. Seinem schönen Haarkleid und den Bürstenmassagen trauerte er heute noch nach. Die Kurzhaarfrisur fand er grässlich und sein Körper habe Schwierigkeiten, seine Temperatur zu regeln und den Wetterveränderungen anzupassen. Die Gedanken seiner Menschen seien wirr und voller Zeug, das er nicht versteht. Er sagte zudem, dass die Fliesen kalt seien. Außerdem wusste er nicht, warum er hier sei und das machte ihm Angst. Ich konnte ihm nichts versprechen. Ich konnte ihm nicht sagen, dass alles gut werden würde. Ich bot ihm lediglich meine Herzensenergie an und er nahm sie dankbar an. Es gab ihm Wärme und stärkte ihm zugleich. Daraufhin wurde er ruhiger und hörte auf zu zittern. Zumindest bis am anderen Ende der Leine wieder grob geruckt wurde, als die Menschen sich auf den Weg in den Behandlungsraum machten. Es bricht mir das Herz, Zeugin derartiger Seen werden zu müssen. Ich finde es schlimm, mit ansehen zu müssen, wie Menschen ihre Tiere behandeln, unachtsam und ohne Spur von Empathie, Mitgefühl oder gar Liebe. Meine Lösung ist die Liebe. In solchen Situationen nehme ich Kontakt zu dem Tier auf und biete ihm Licht und Liebe an. Mehr kann und darf ich nicht machen. So schwer es mir fällt, muss ich respektieren, dass es seinen Weg ist und dass er sich gerade diesen Menschen ausgesucht hat. Allerdings bin ich immer sehr glücklich, wenn mir die Tierkommunikation so schnell und so einfach hilft, eine solche Situation ein kleines bisschen erträglicher für ein Tier zu machen. Auch wenn es nur ein paar Minuten sind, wie in diesem geschilderten Fall, in dem der kleine Hund von seiner Angst abgelenkt war. Gleichzeitig muss ich aber auch damit leben, seine Grundtraurigkeit und seine Verzweiflung zu spüren. Seine Lebensaufgabe bei diesen Menschen ist eine sehr große Herausforderung. Was würde dein Tier denn sagen? Wenn du das wissen möchtest und deinem Liebling die Möglichkeit geben möchtest, sich auszusprechen, dann schicke mir eine E-Mail an info-at-tierstimmung.de. Ich freue mich auf dich und dein Tier. Und wenn du magst, schreib mir doch in die Kommentare hier direkt darunter, ob du eine solche Begegnung hattest, ob dir schon so etwas aufgefallen ist. Das würde mich interessieren. Ich danke dir.